Hallo zusammen, herzliche Grüße aus der Stuhlbauer Stadt Rabedau. Das Handwerkstuhlbau bestimmte seit mehr als 400 Jahren das Leben der Menschen in dieser kleinen Stadt. In unserem Museum erzählen wir die Geschichte vom holzhandwerklichen Stuhlbau und wir hüten viele Schätze. Deshalb geben wir euch einen Datensatz, einen kleinen aber feinen Datensatz mit Fotos unserer wichtigsten Objekte. Sicher habt ihr ganz andere Werkzeuge und auch neue Blickwinkel, um unsere Sitzmöbel sichtbarer zu machen und wir hoffen, dass sie durch euch und die Aktion Coding Da Vinci auch andere bewegen. Viel Spaß dabei!